Moin moin meine lieben Freunde da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial und ihr kennt das Ganze. Ihr könnt zwar bei Steam in Big Picture Modus bequem durch eure Spiele scrollen und starten, aber die Einbindung von Steam fremden Spielen, ja, gerade in Masse oder auch Emulation, wenn man sich gerade mit Emodeck macht, ist immer ein bisschen knifflig. Auch Amory Crate oder Legion Space auf den jeweiligen Handhelds, ja, sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da wäre es doch ganz cool, wenn man ein Frontend oder ein Game Launcher hat, der alles vereint. Also alle Launcher, alle Bibliotheken, die man so kennt, sei es Epic, sei es GOG, sei es Battle.net, EA, Ubisoft und so weiter und dann auch dementsprechend eure emulierten Spiele. Und dieses Tool will ich euch heute vorstellen. Das ganze Tool nennt sich PlayNight. Dürfte natürlich den einen oder anderen schon bekannt sein. Ich habe es lange Zeit irgendwie ignoriert, da bin ich ganz ehrlich. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Und das Coole bei PlayNight ist auch, ihr könnt das Ganze nach euren Vorlieben einstellen. Ihr könnt beliebige Themes nehmen. Wenn ihr zum Beispiel den Nintendo Switch ein bisschen näher kommen wollt oder ein PlayStation Layout haben möchtet im Vollbildmodus oder es Xbox-like haben will, näher werdet ihr einen Xbox-Handheld in nächster Zeit definitiv nicht kommen. Und on top gibt es dann auch nochmal eine kleine Erklärung, wie man Emodec dort ganz bequem einbindet, also seine gesamten ROMs, seine Bibliotheken, darüber starten kann und vieles mehr. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt für dieses Tutorial. Daher legen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes müsst ihr natürlich PlayNight einmal downloaden und installieren. Dazu geht ihr einmal auf die entsprechende Webseite, Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und downloadet das Tool. Das Tolle ist übrigens auch, wir haben hier die Möglichkeit, alle möglichen Videospiel-Bibliotheken einzubinden und es gibt auch noch eine Vielzahl an Add-ons für dieses geniale Tool. Ein oder zwei werde ich euch davon auf jeden Fall nochmal zeigen im Verlauf des Videos. Ja, und nach dem Download müsst ihr natürlich das Ganze einmal installieren. Eigentlich lädt er jetzt erst die Ressourcen runter. Das dauert natürlich dementsprechend und dann, wenn das Ganze heruntergeladen wurde, beziehungsweise installiert, dann können wir mit dem nächsten Schritt fortfahren und zwar der Integration der jeweiligen Bibliotheken, die ihr dabei haben wollt. Und da kommt dann dementsprechend dieses Einrichtungsfenster. Da steht dann nochmal alles so ein bisschen beschrieben und hier könnt ihr euch die Bibliotheken, die ihr haben wollt, auswählen. Es werden nicht alle möglichen Bibliotheken angezeigt. Es gibt noch einige andere. Die könnt ihr über Add-ons auf der Webseite herunterladen. Aber hier sind die gängigsten mit dabei, wie Battle.net, Epic Game Store, Ubisoft Connect, GOG, EA, Steam und das könnt ihr dann auch auswählen, auch Xbox Game Pass zum Beispiel. Und man sieht, das Ganze wird jetzt nochmal zusätzlich runtergeladen in Form von Add-ons und wenn das abgeschlossen ist, dann könnt ihr einmal die ganzen Einstellungen vornehmen. Hier empfiehlt es sich immer, Nutzerkonto verlinken und nicht installiertes Spiel importieren, damit ihr die bei Bedarf per Klick einfach nachinstallieren müsst. Ihr müsst hier dann dementsprechend einmal euren Account verbinden. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn ihr später Spiele hierüber starten wollt oder installieren wollt, müssen die eigentlichen Launcher installiert und natürlich eingerichtet sein. Und dann könnt ihr natürlich alle weiteren Launcher einrichten, die ihr haben wollt. Wichtig ist natürlich immer, dass ihr die Nutzerkonten verbindet, damit er sich die Informationen ziehen kann, welche Spiele ihr überhaupt in der Bibliothek habt. Das ist natürlich dementsprechend ganz wichtig. Ja, und nach Abschluss der Installation und der Konfiguration könnt ihr Playnight das erste Mal starten und dann wird ihr die ganzen Bibliotheken importieren aus euren vorhandenen Launchern oder Stores. Und je nachdem, wie viele Spiele ihr habt, kann das natürlich sehr, sehr lange dauern. Also rechnet da durchaus mal eine Stunde, womit ihr es einfach mal laufen lassen müsst. Und dann nochmal als kleiner Tipp, es kann durchaus sein, also es war jedenfalls bei mir so der Fall, dass ihr noch nicht für alle Spiele sauber die Metadaten wie Cover geladen habt. Dazu könnt ihr dann einmal über die Einstellungen hineingehen und nochmal die Metadaten separat aktualisieren. Es hilft aber auch durchaus mal, nach der Bibliothek-Erstellung einfach mal Playnight zu beenden und neu starten. Auch dann können die Metadaten teilweise auch erst dann wirklich angezeigt werden. Ansonsten, wie gesagt, die Metadaten einfach nochmal separat aktualisieren. Das hat bei mir zu 90% oder 95% der Spiele zu entsprechenden Bildern und Covern geführt. Natürlich wird es auch der Fall sein, bei den einen oder anderen, der Spiele doppelten Bibliotheken hat, dass sie hiermit angezeigt werden. Das lässt sich aber auch nochmal separat einstellen in den Einstellungen, um das zu verhindern. Ja, und über die Einstellungen links oben, wenn ihr dort auf Add-ons geht, dann könnt ihr euch auch noch weitere Add-ons herunterladen oder die dementsprechend dort konfigurieren. Ihr könnt aber auch ebenso die Add-ons euch auf der Webseite von Playnight anschauen und dort einfach anklicken und downloaden und installieren. Und wenn die Metadaten mal alle runtergeladen sind, dann habt ihr eine schöne Bibliothek mit all euren Spielen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und das Schöne ist dann auch, ihr könnt das Ganze dann auch so einstellen bei Playnight in den Einstellungen, dass das Ganze im Vollbildmodus aufstarten soll. Und dann habt ihr da einen richtig schönen Handheld-Modus. Aber das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal etwas eher im Detail an mit dem Handheld-Modus. Weil hier gibt es dann nochmal wunderschöne Themes, einerseits für den Desktop, aber natürlich auch für den Fullscreen-Modus, also im Vollbildmodus. Und dort ist die Auswahl dementsprechend sehr, sehr groß. Dort habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Auf den ersten Blick muss man da immer noch ein bisschen Hand anlegen, was das Layout angeht. Das könnt ihr aber auch in den Einstellungen ganz bequem machen und es euch nach euren persönlichen Vorstellungen gestalten. Und mit diesen Themes habt ihr so die Möglichkeit, das Ganze so anzupassen, wie ich es eingangs erwähnt habe. Wollt ihr jetzt ein bisschen Playstation-like, dann ist das mit diesen Themes möglich. Oder ihr wollt das ein bisschen so an der Nintendo Switch haben. Auch das ist möglich. So kommt das perfekte Switch-Feeling auf, auf ein Windows-Handheld. Das ist eine großartige Geschichte. Und natürlich auch Xbox-Themes sind verfügbar. Also tuckt euch mal bei den Themes von Playnight richtig aus. Es sind da fast keine Grenzen gesetzt. Für meinen persönlichen Geschmack bevorzuge trotz alledem das Default-Theme für den Fullbildmodus. Das habe ich mir aber dementsprechend etwas angepasst. Das heißt, ich habe die Zeilenabstände und die Layouts ein bisschen abgeändert. Das seht ihr hier so ein bisschen im Hintergrund jetzt, wie ich das Ganze etwas eingestellt habe, sodass die Spiele-Kacheln oder Spiele-Cover dementsprechend etwas größer dargestellt werden. Gut, dass man da ganz bequem dann im Handheld-Modus so durchzweifeln kann mit der Hand. Ich finde, das ist sehr spartanisch, dieses Team. Und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, und solltet ihr Emodeck installiert haben. Das Gesamtpaket, um alte Retro-Spiele zu spielen von alten Spiele-Konsolen und Systemen. Das Ganze, wie ihr das installiert, das habe ich euch mal in einem Video erklärt. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder auch hier rechts oben. Also, wenn ihr Emodeck installiert haben solltet auf eurem Handheld oder PC, dann könnt ihr das Ganze auch super einbinden in PlayNight. Und dazu gibt es ein entsprechendes Plugin. Das findet ihr unter Add-ons natürlich auf der Webseite. Und dazu einfach mal nach Emodeck suchen. Und dann habt ihr dort unter Generic das Emodeck-Plugin. Das könnt ihr dann einmal herunterladen und in eurem PlayNight installieren. Nach der Installation müsst ihr das Plugin einmal anpassen. Das heißt, ihr müsst einmal den ROM-Folder angeben, also Emulation in der Regel unter C, den Ordner auswählen und schon habt ihr das Ganze plug-in konfiguriert. Ihr müsst jetzt letzten Endes nur einmal eure Bibliothek noch aktualisieren, und zwar emulierte Ordner aktualisieren. Das Ganze einmal auswählen und schon habt ihr das aktualisiert und könnt dementsprechend alte Spiele spielen. Und das ist echt eine super coole Geschichte. Und ein letztes End, was ich euch unbedingt zeigen will, ist Splash Screen. Mit Splash Screen findet ihr übrigens auch unter Generic. Da könnt ihr dann für die einzelnen Systeme, Plattformen, viele, je nachdem wie ihr es möchtet, könnt ihr individuell festlegen. Könnt ihr unterschiedliche Videos anzeigen lassen. Auf der Webseite von GitHub, von dem Plugin, findet ihr auch nochmal viele Templates. Also der Sinn ist dahinter, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich starte ein Super Nintendo Spiel oder ein Game Boy Spiel, dann wird nochmal ein kurzes Video abgespielt, quasi so als Intro. Ich stehe auf solche Spiele rein, deswegen kann ich das den einen oder anderen vielleicht mal ans Herz legen, der auch so ein bisschen detailverliebt ist wie ich und auf solche Splash Screens steht, vor dem eigentlichen Spielestart von irgendwelchen emulierten Systemen. Ich finde es wie gesagt ganz nett. Also ist nur mal so ein kleines i-Tüpfelchen für mich, für euch. Also muss nicht sein, aber ich finde es ganz gut. Ja meine Freunde, das war so meine Vorstellung von Playnight für euch. Ein kleines Tutorial. Es gibt noch so viele Möglichkeiten mit Playnight, die kann ich hier gar nicht in Gänze zeigen. Also schaut euch das Ganze mal in Ruhe an. Ich finde es zum Beispiel cool, unter anderem zum Beispiel, dass man sich noch Statistiken anschauen kann. Und bei den Addons gibt es auch noch so ein paar Schätze. Da werde ich bestimmt noch vielleicht das ein oder andere entdecken und vielleicht nochmal ein Video zu machen, wenn ihr denn mögt. Es ist jetzt definitiv mein Startup auf dem Windows-Internet. Also wird direkt mit Windows aufgestartet und dann gleich Vollbild-Modus angezeigt. Ich liebe Playnight inzwischen wirklich sehr. Kann ich nicht anders behaupten. Na, mein Lieblingsstandardsatz. Und deswegen bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, danke fürs Einschalten. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder Like. Ich würde mich freuen und natürlich ein Abo wäre auch wünschenswert. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und niemals vergessen, Once you get a deck, you'll never go back. Es sei denn, ein Rock-Ally oder Legion Go kommt um die Eck. Bye-bye, meine Freunde.